Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Verliebten brauchst du das nicht zu erklären. Porsche fahren auch nicht. Und jedem, der irgendwie am längeren Hebel der Macht sitzt, auch nicht. Woran hängt mein Herz? Was ist mein größter Schatz? Wieder mal zeigt sich im Sonntagsevangelium, dass Jesus ein guter Menschenkenner ist. Deshalb ist dieser Satz auch sprichwörtlich geworden. Wo mein Schatz ist, da ist auch mein Herz. Für manche ist das eine Ermutigung, für andere vielleicht auch eine Entschuldigung. Für mich ist das die einfache Erklärung, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Das Frohe an der Botschaft ist nur, das, woran mein Herz wirklich hängt, bestimme ich ganz alleine selber. Jesus kennt mich. Er mag mich trotzdem. Das Frohe an der Botschaft ist nur, das, woran mein Herz besteht. Ein Herz! Das Frohe an der Botschaft ist nur, das, woran mein Herz zu verbringen. Und das, woran mein Herz ist, das, woran mein Herz. Das, woran mein Herz wäre hier. Das, woran mein Herz.